Das Gefühl ist natürlich super, wenn du am Ende ganz oben stehen darfst, aber es ist natürlich dann auch harte Arbeit, die ich finde, die damit dann am Ende belohnt wird. Hi, ich bin Nico, ich bin 18 Jahre alt und fahre jetzt im zweiten Jahr GT4. Der Umstieg ins Auto, in den GT Sport, war auf jeden Fall ein Riesenschritt für mich aus kleinem 4x4 Meter Zelt, ist dann ein Riesentruck geworden, mit ganz vielen Leuten, die an deinem Auto arbeiten, dich dabei unterstützen. Alles nochmal schneller, genauer und viel professioneller als es im Kartsport ist. . . . . . . . . Das ist krass, was ich in den letzten Jahren geschafft habe, aber es gilt es sich perfekt vorzubereiten für die nächste Saison. Die meisten Geschichten werden erzählt, wenn sie lange passiert sind. Meine beginnt jetzt.